Es ist ganz anders hier als in Deutschland Ich verstehe gar nicht Wie werde ich mich hier verständigen? Ich werde hier mit Sicherheit keinen Job finden Ich weiß nicht einmal, wo ich hier unterbracht werden soll Lieber Hans, ich bin seit zwei Wochen in diesem fernen Land Es ist alles ganz anders hier Die Leute sind zwar freundlich, aber ich kann einfach nichts verstehen Das beschäftigt mich sehr Ich bin die einzige Deutsche hier Ich fühle mich so einsam Ich vermisse euch, liebe Grüße, Flo PS Ich habe endlich einen Job bekommen In einem Schulladen Das ist schon mal ein guter Anfang Was macht ihr? Stopp! Wie fährt? Stopp! Stopp! Mist, jetzt habe ich keine Unterkunft mehr Was soll ich machen? Wer hätte sich gedacht, dass das Leben in einem anderen Land so hart sein könnte? Ich träumte davon, ein besseres Leben zu haben Aber nun kommt alles ganz anders als erwartet Was? Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich komme aus Bremen Ich komme aus Hamburg Also, entschuldigen Sie mich, ich habe Sie nicht gesehen Geht es Ihnen gut? Haben Sie sich verletzt? Nein, danke fürs Fragen Es ist wirklich nichts passiert Sollten wir zusammen etwas wissen gehen? Ja, das finde ich schön Normalerweise haben wir Angst in der Fremde Aber in der Fremde kann man auch wunderschönes Erleben Und neue Freundschaften schließen Die einem das Leben verändern Du musst dich nur trauern Das Leben zur folgen Der Fremde kann man auch wunderschönen Untertitelung des ZDF, 2020